Im letzten Video haben wir uns angeschaut, was Machine Learning Modelle sind und wie diese arbeiten. Wir haben ebenfalls kennengelernt, dass es drei verschiedene Lernparadigmen gibt. Supervised Learning, Unsupervised Learning und Reinforcement Learning. Und in diesem Video springen wir wohl in das bekannteste und weit genutzte Paradigma, nämlich das Supervised Learning. Und ich motiviere das zuerst mal so ein bisschen. Die Idee kommt tatsächlich aus der Art und Weise, wie wir Menschen lernen. Oftmals in unserem Leben haben wir einen Supervisor oder einen Lehrer an der Hand, der uns bestimmte Muster beibringt. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber stellt euch mal vor, eine Mutter, die neben ihrem Kind steht und sagt, das ist ein Hund oder das ist eine Katze, gibt sozusagen das Bild einer Katze mit der Information Katze an das Kind. Und wenn das Kind es oft genug hört und das Muster immer mehr verinnerlicht, dann kann es nachher Katzen von unten unterscheiden. Und das ist genau das, was Supervised Learning Modelle machen. Nochmal zur Erinnerung, die Art und Weise, wie diese Maschinen lernen, ist folgende. Wir geben denen die Daten mit, zum Beispiel Bilder von Katzen und Hunden, bleiben wir mal mit dem Beispiel, mit der Info, das ist jetzt eine Katze und das ist jetzt ein Hund. Das heißt, diese beiden Infos sind für das Training notwendig. Ganz im Gegensatz zum Unsupervised Learning, das sehen wir dann in der nächsten Session, da fallen diese Labels weg. Da hast du nur die Daten ohne die Informationen, was es jetzt für Daten sind. Auch sehr spannend. Aber bleiben wir mal bei Supervised Learning. Da hatte ich ja in der letzten Lektion auch schon das Beispiel der Spam Detection bei E-Mails angesprochen. Ich finde das Beispiel sehr anschaulich, deswegen bringe ich es einfach nochmal. Das Nutzen, eure E-Mail Provider haben das sicherlich sowas in der Art eingebaut. Da geht es einfach darum, du hast ein Modell, jetzt hast du ganz viele Daten von, du hast Spam E-Mails und du hast nicht Spam E-Mails und die labelst du auch entsprechend. Du sagst also, was das ist und gibst diese beiden Pakete in das Machine Learning Modell rein und es lernt dann immer mehr durch jede Iteration immer besser, was jetzt ein Spam E-Mail ist und was keine Spam E-Mail ist und im besten Falle kann es das sogar am Ende unterscheiden. Apropos Unterscheidung, beim Supervised Learning kann man tatsächlich auch zwei Bereiche voneinander unterscheiden. Das ist einmal die Klassifizierung und einmal die Regression. Klassifizierungsbeispiele haben wir sowohl im letzten Video als auch im jetzigen Video schon gesehen. Zum Beispiel das Beispiel mit dem Obst und auch das Beispiel mit den Spam E-Mails gerade. In beiden Beispielen ging es darum, dass das Modell aus einer vordefinierten Menge von Kategorien auswählen soll. Du gibst ein Bild von einem Obst rein und das Modell muss jetzt unterscheiden, ist das jetzt eine Banane, eine Melone, eine Kirsche oder du gibst eine E-Mail rein, ist es jetzt Spam oder kein Spam. Du siehst also, das sind diskrete Kategorien, die man auch Klassen nennt. Ganz im Gegensatz dazu gibt es Regressionsmodelle und da wird keine Klasse vorhergesagt, sondern eine Zahl. Zum Beispiel ein Modell, was die Temperatur für morgen vorhersagt, ein Modell, was den Preis für eine Immobilie vorhersagt oder ein Modell, was vorhersagt, mit wie viel Wahrscheinlichkeit jemand an Krebs erkranken wird. Das heißt, hier wird keine Klasse vorhergesagt, sondern ein numerischer, kontinuierlicher Wert. Wie nervt denn jetzt eigentlich so ein Training im Supervised Learning ab? Ich habe es im letzten Video schon leicht angeschnitten, jetzt machen wir es mal ein bisschen konkreter. Die Idee ist hier immer, du hast ganz viele Beispieldaten, bestehend aus den Daten selbst, also eigentlich den Features und dem Label dieses Datenpunktes, also der Lösung sozusagen. Und diese Menge an Daten wird jetzt in das Modell reingegeben und das ist ein iterativer Prozess und das Modell liest diese ganzen Daten ein und versucht Muster darin zu erkennen, bis es die Muster annähernd gut verstanden hat. Wie checken wir jetzt ab, ob wir Fortschritt machen? Es ist ganz einfach, nach jedem Durchlauf fragen wir das Modell einfach mal so ein bisschen ab, so ein bisschen wie Vokabeltest. Das heißt, wir geben ihm Daten und gucken mal, ob die Ausgabe, das, was das Modell vorhersagt dafür, ob die soweit stimmt. Und erst wenn das passt, also wenn wir da mit dem Ergebnis zufrieden sind, dann können wir das Training als erfolgreich und abgeschlossen ansehen. Eine Sache ist aber ganz, ganz wichtig, das möchte ich betonen, solche Modelle werden niemals perfekt sein. Diese Modelle haben meistens eine Genauigkeit, ja schon über 90 Prozent, aber niemals 100 Prozent, da darf man sich gar nicht verrückt machen. Das wäre irgendwie komisch, wenn diese Modelle perfekt wären, da kommen wir nämlich später zu, das führt nämlich zu etwas namens Overfitting. Jetzt haben wir ein fertig trainiertes Modell, wie prüfen wir denn jetzt, ob das Modell wirklich eine gute Performance hat? Es ist im Prinzip ganz einfach, wir lassen das Modell wieder Vorhersagen machen, aber diesmal nicht auf der Trainingsdataset, sondern auf etwas anderem. Noch bevor wir das Training eigentlich starten, splitten wir unseren Datensatz in zwei verschiedene Mengen. Einmal in die Trainingsdataset, die ist für das Training zuständig, und für eine Testdataset. Diese Testdataset wird erst mal nur zur Seite gelegt, mit der wird gar nichts gemacht. Dann wird das Modell trainiert und erst, wenn das Training vorbei ist, dann schnappen wir uns die Testdataset und lassen das Modell darauf Vorhersagen machen. Und nur, wenn auf diesen ungesehenen, bisher ungesehenen Daten richtige oder zufriedenstellende Vorhersagen gemacht werden, dann können wir uns sicher sein, okay, das Modell performt gut. Ein gängiges Verhältnis für das Splitting ist 80% Trainingsdaten, 20% Testdaten. Das ist nicht festgeschrieben, aber das hat sich als relativ gut herausgestellt.